Hallöchen Leute und Willkommen hier zu dem Tübi Labert Nr. 2 Heute habe ich mal einen Gast im Gepäck und zwar ist das der Robin Hallo Ja, ähm, wir haben halt ein paar Themen vorbereitet dafür Nicht so wie die letzte Folge, nur mit einem Thema und so Zeugs Ja, ihr wisst schon Bescheid Ja, äh, das erste Thema Ist, dass Samsung Apple verkauft hat Das war jetzt vor anderthalb Wochen, einer Woche Ähm, und das beinhaltet, dass eben, äh, Apple nicht mehr alle iPhones verkaufen darf in der USA Also bis und mit iPhone 4S, da dürfen sie nicht verkaufen, außer iPhone 5 Das dürfen sie noch verkaufen, weil, ähm, irgendwie, Apple benutzt da ein paar Produkte von Samsung da drin Und da hat halt Samsung eine kleine Lizenz beantragt Ja Ja, ähm, ja, schlecht gelaufen Ja, äh, Robin, mach du mal das zweite Thema Genau, das zweite Thema, vielleicht habe ich schon gehört Die Deutsche Telekom hatte nun entschlossen, die Drosselung etwas, äh, höher zu machen Also, es war ja ursprünglich geplant, dass die Drosselung auf 384 KB pro Sekunde zu drosseln Allerdings haben die das Limit jetzt auf 2 MB pro Sekunde erhöht Also, wenn dann gedrosselt wird, nach einer bestimmten Anzahl, äh, wird es nicht auf 384 KB, sondern auf, äh, 2 MB pro Sekunde gedrosselt Und, äh, die Meinung von irgendeinem Mitarbeiter, Michael Hacks viel oder wie der heißt Wir haben verstanden, dass die Kunden sich zum Teil Sorgen machen, deswegen handeln wir jetzt Ja Auf jeden Fall schon mal ein Anfang Schon mal ein Anfang von der Telekom, ja, genau Dann, ähm, haben wir mal Also, wir gehen die Themen sehr schnell jetzt durch Ein paar Themen besprechen wir jetzt Wir das nächste Thema jetzt ein bisschen Sagen unsere Meinung dazu Und, ja Das nächste Thema wäre eben YouTuber-Beef Ähm, ja Ich sag mal meine Meinung dazu Bei YouTuber-Beef, das kennt ihr wahrscheinlich schon Zum Beispiel der YouTuber-Beef Von der Minecraft-Community, wo Kadel auf dem Bray sauer war, weil Bray den Kadel, äh, bei dem Livestream da Beleitet hat und so weiter Darüber werde ich jetzt nicht so genau sprechen, aber Allgemein jetzt Es ist einfach nur so, dass ich persönlich finde Sie sollten es einfach nicht so öffentlich machen Und dann einfach die Abonnenten sozusagen fast aufzufordern Den anderen YouTuber herumzuflamen Deabonnieren oder was auch immer machen Und, ja Das finde ich jetzt einfach nur unnötig Da sollten sie es einfach schon privat bei Skype oder so besprechen Und dann haben sie das Problem eigentlich schon gelöst Oder auch nicht Ja, nachdem Robin Ja, also ich finde Äh, ich sehe das Das ist jetzt auch so wie Tobi Allerdings finde ich es manchmal auch ganz amüsant Wenn die sich dann sozusagen In den Videos gegenseitig lästern und so Also manchmal ist das schon ganz witzig Wenn das jetzt nicht so ein Megastreit ist Aber sonst bin ich da eigentlich Tobis Meinung Ja, okay Dann kommen wir denke ich mal zum letzten Thema von heute Und zwar ist es in den letzten Kommentaren hingeschrieben worden Das sollten wir besprechen Und es geht um Leech of Legends Auch genannt LOL Ja, ähm, der Robin hat da keine Ahnung Deshalb kann er nichts dazu sagen Aber ich habe eine Zeit lang gezockt Weil ich eigentlich fast gesuchtet Und, ja, ich fand das Spiel Fast? Ja, fast, äh, fast gesuchtet Ja, ich habe... Was, was schon im Extrem Ja, okay Jetzt, äh, anderthalb Stunden pro Tag Oder so Oder mehr Das war... Ja Das ist nicht so viel Wenn man es so nimmt Als Gehmeer Aber trotzdem Ja, ähm Das ist halt ein Strategie-Game Aber irgendwie Finde ich persönlich Fällt mir Entfällt mir die Lust Sehr schnell Bei diesem Spiel Und Ja Das ist einfach nur so gewesen Weil nicht sehr vieles gespielt haben Von meinen Kollegen Und Wenn es andere angefangen haben Hab ich dann aufgehört Weil ich irgendwie keinen Bock mehr hatte Und, ja Das war eigentlich meine Meinung dazu Es ist eigentlich noch ein gutes Game Sagen wir es mal so Ähm Ja Äh, ich hätte dann einfach nur so ein kleines Thema Bei Rande Wenn ihr die Facecam Mal bei Tybilaba sehen wollt Oder bei anderen, ähm Videos Sagts mal einfach so Schreibt es in die Kommentare Ähm Wenn euch das Video gefallen hat Gebt einen Daumen hoch Und Ja Ich will die Facecam sehen Oh Du willst Facecam sehen Toll Ja Nein Ja Ja genau Ich freu mich Dass ich hier als Gast dabei sein durfte Bei dieser coolen Show Cool Show hier Ja genau Und, ähm Ja Hat mich gefreut Ja okay Dann zeig ich mal Denk ich mal Von dieser Folge Tybilaba Ciao Und bis zum nächsten Mal Ü